Und jetzt schalten wir uns dann gerade raus auf den Murtensee. Hier auf SRF1, in der heutigen Treffpunkt-Sendung entdeckt ihr mit uns, was für Riesenfische, zum Teil Schweizer Gewässer leben, ein Hobbyfischer, der sich im Speziellen mit Wels bestens auskennt. Und schon seit Bub auf Wels fischend ist Thomas Bula. Er ist momentan mit seinem Boot auf dem Murtensee unterwegs. Wir schauen jetzt live auf das Fischerfort Thomas Bula. Huh? 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 Musik 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 Ja. Das war's. 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 Das war's.